mit diesen er hat erfreut sich muss ich nicht ich kann ich muss man nicht aus der bis zu schenken ja das es ist gut und schlecht ja Mal wieder etwas, was euch freuen wird Also jetzt nicht wirklich freuen Aber ich durfte meinem Bruder hier schon helfen Das Ganze zu machen Daher weiß ich auch, wie man hier rauskommt Gut, ähm Moment Okay, ich hab jetzt gerade mal wirklich vergessen, wie das ging Wie ging das jetzt? Ach, scheiße Gut, ähm, da hoch Ja, erste Etappe geschafft Gut, jetzt erkunden wir erst mit dem, die Gegenkehr ist hier irgendwo ein Unterweltmortal Das wäre sehr freulich Nein, aber nochmal Spinnen Und Kisten Und Gold Das ist Gold Ähm Ja, was ist das hier? Die haben wahrscheinlich die Helfen ihrer Spinnenkönigendropferd Und Sag mal, woher die Helfen eigentlich Gold Ich meine, sie in der Erde zu in Harmonie mit der Natur und dem Flauschengfall Daher, woher haben die das Gold? Und vor allem, was können die damit überhaupt anfangen? Gut, keine Ausrüstungsgegenstände Doch Über ein paar Ähm, bei welcher Etappe war das nochmal, wo das so scheiße war? Schauen wir uns das mal an 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 Schauen wir uns das mal an, sag ich War das Vieh schon? Nee, ich glaub noch nicht Also Grüne Grüne Ja, ja, Grüne an die Wand Äh Grüne an die Wand Was? Was? Hallo? 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 Schnell! Ihr Schweine! Oh, das Ihr Verräter Ihr Verräter Ihr Ver... Verdammt Moment, ich hab jetzt... Eine Idee... Wir passieren hier... Da Ach, jetzt hab ich's kaputt gemacht Egal Jetzt Nein, wo läuft ihr hin? Wo läuft ihr hin? Nein, verdammte Scheiße hier Äh Und ich hab wieder die Zeit vergessen Und... Äh Ach, jetzt können wir's grad vergessen Ja, äh, ich mach jetzt nochmal kurz Schnitt Weil ich hab keinen Überblick mehr Und alles Also, bis zum nächsten Mal